so kann ich auch noch was zu essen was zu trinken mitnehmen so gut spielberg getreten wo ist das auto hier beim lager ich muss gleich mal gucken dass ich die steuerung umstelle so ist jetzt hier unten habe ich gerade mitgenommen habe ich gerade mitgefahren eiskalt und mich hat schon ist weggepackt das connect also wieder rein die materialien und du hast du hast den tag beschädigt ja wie gesagt wir sind der scheiß steuerung steuerung fahrzeuge steuerung fahrzeuge kann man auch ja macht man auch ich war ja schon sagen wir markieren einen punkt und wir fahren einmal rum gucken nach einer bibliothek wegen bauplänen ja sagt mir dann einfach sagt mir dann einfach ach da vorne ach da vorne genau fahr einfach mal die große straße entlang einfach nur hier entlang genau wenn das trink ich was ok wie das auto bei mir überhaupt kein geräusch mehr hat ja aber jetzt kommt ein zombie entgegen man aus dem weg wie geil das ist wenn du gas gibst habe ich kein geräusch mehr drauf ich höre das auto nicht das neue hybrid oder so ja eindeutig aber wo aua aua und die straße seiner lichter ist es für mich die die bei den bilden die an die wand führt fahr mal weiter die große straß geradeaus hatte ich vor und ich bleibe es ja auch nicht für urlauber die reifen drehen sich weil wir auch kaum aber egal wir haben fahrzeug definitiv ich wünsche nur ich kann jetzt daraus schießt oder so was du denn da was passiert wenn man wenn ja ist halt weil aber muss ganz vergessen dass ich mich umsehen will dass ich hier und ist die sportlerin da waren die sportlöllen das mit herlager okay und halt mal an so und besuchen mal wir besuchen das mal aber nicht dahin fahren und abschließen kommt noch auf und war die mini runter ok Okay, schau drauf. Ich habe jetzt aber kaum Minen weggeräumt hier. Ja, da müssen wir aufpassen. Warte. Da wird gerade irgendwas weggesprengt. Oh, keine Beine, keine Kekse. Oh, Vorsicht. Da haben wir Soldaten. Rund, rund. Hey, aua. Da, keine Beine. Keine Beine, keine Kekse. Eminem, tu es nicht. Irgendwas tritt hier noch in die. Minen. Ein Aktenschrank mit Messing und Blei. So, das denn hier. Ach, das ist hier, das ist Emma. Emma? Oh, eine Taschenmacht für Rüstung. Hier sind vier Transportboxen für 400. Und es war nur einer da. Das ist wohl nicht. Erleichter. Tja. Ach, ich muss auch hier die gleichen zerstellen. Was ist da denn Teile? Da vorne fliegt ein Auto. Wasser fliegt ein Auto? Ihr habt da drüben. Das ist ja auch nicht unsere, es ist alles gut. Ein schwebendes Auto. Gero, sag mal. Oh fuck. Fäischerin. Achtung. Und. Du warst hier. Verdammt, ich wollte dich jetzt grad hier erschrecken. Na, vorsichtig. Aber ob zu relativ klein sind, damen. Mann, diese scheiß Leiche sind mir im Weg. Scheiß Leiche? Ja, diese, 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 diese Statisten Leiche. Suchen auch Statisten für unseren, für unser Zombieland. Hey, ein Ei. Wie er das Auto abschließt? Ja, so gehört sich das doch auch. Hallo, die Sachen haben wir halt zusammen gesammelt. Ich meine aber nicht, dass sie sonst niemand klaut. Das kann uns hier niemand klauen, wir sind die einzigen Spieler hier. So. Karte. Ein bisschen reinzoomen. Genau, fahren wir hier jetzt einfach auch weiter geradeaus. Obwohl, ne, wir müssen irgendwie nach Süden kommen. Die nächste nach Süden abdrehen, also nach links. So. 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 Weißt du, ne. Weil das sieht nach Stra... Also wenn ich das so, die Umhossel so denke, könnte das so eine Stadt ausssehen. Stopp! Ne, ne ist, ne ist, ne ist ok. Ich hab nur gedacht, das wäre wie so eine Unterbrückung und ne. Das Ding. Da H-Quoten chineser. Urlauber. Okay. Er war gerade aus hier, genau. Okay, das ist schlauer als die Zombies. Ja, klar. Ja, Westen, Westen oder was? Ja, aber nee, das war mal eine Stadt, da wie es aussieht. Verseucht das Gebiet. Fahr mal die Straße lang. Mit dem Hybrid-Auto hier. Also ich höre den Motor. Ich nicht. Das ist, wenn man ein Beifahrer ist. Oh nein. Hirsch! Oh mein Gott, wir müssen... Ja. Plopp. Alles klar. Okay. Dann müssen wir den Fährst du doch nicht rufen. Plopp. Ich stehe da wieder. Oh, Wolf. Nein, ich will ihn nicht überfahren. Hab's aber wieder abgetan. Du siehst du nicht. Plopp. War du was? War du was? Das ist aber allgemein so. Das war auch bei State of the Gate 2 so, dass die Zombies immer von natürlich Krach angezogen werden. Da drüben. Kannst du da irgendwie durchs Querfeld einfahren? Ja, können tue ich schon. Ja, mit dem Offroad-Truck, ne? Mhm. Das sieht aus wie ein kleines Dörfchen hier. Auf jeden Fall. Ne, hier. Andere Seite da. Genau. Richtung Süden. Einmal Richtung Süden fahren. Halt mal, Alter, bei der ist ne Fackel. Ja, klar, hier waren ja auch mal irgendwelche... Oh, wir müssen unbedingt gleich nach rechts irgendwo abbiegen. Okay. Ich hab da Riesengebäude gerade gesehen. Hier hast du nur 4 und ich ist nur Wohnsiedlung. Wüste. 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 Wie, kann ich nicht über den Haugen fahren? Kannst du, brauchst du ab und zu lang, wie lange dran ab? Nein. Das war ein Koyote. Ja, das war ein Koyote. Okay. Guck, da sind überall Häuser irgendwie in der Gegend. Versuch mal eine Straße irgendwie wieder zu finden oder so. Irgendwie eine Straße. Da. Wolang willst du jetzt hier? Wissen, oder? Ja, so ein bisschen umgucken. Guck mal da. Hoffentlich sind große Häuser. Hier sieht es ziemlich nach Industrie aus. Mhm. Gassentürme dahinten. Ja, es gibt aber auch eine Fabrik für Bücher, das ist auch die Sache. Face the Beers, drink for free. Face the Beers. Oh, da gibt es Bären drin. Da gibt es Bären drin. Echt? Da, da, nein, links. Ich hab's gelesen. Ah, nein. Geier. Ja, hier sind die Geier zu Hause. Aber wie der uns folgt, ne? Ja. Auf jeden Fall. Wow. Warehouse Storage Steiner. Shotgun Messi. Du weißt aber schon, dass der uns gleich angreifen wird, wenn wir aussteigen, ne? Ja. Der ist hartnäckig. Wie schnell der auch mithalten kann, ey. Na komm, holt das Nitro. Da ist ein Kindergarten. Ich weiß nur, dass es irgendwie in der Wüste, irgendwo gibt's da auch ein Riesengefängnis, soweit ich das weiß. Gefängnis? Hm, das ist aber auch einzigartig. Uh. Das müssen wir dann looten. Ja, ich glaube, da sind aber auch ganz viele Zombies drin. Ja, und? Ich erinnere mich noch das letzte Mal, als wir so auf 10, 20 Zombies getroffen sind. Na, und? Abbiegen, da geht's nicht weiter. Das ist aber schade. Das ist ein bisschen schade, dass wir hier gerade im Dings fahren. Und der Dunkelheit, man sieht nicht so weit. Ja, ist das Licht okay, aber ich meine jetzt hier die Silhouetten, da siehst du nur. Oh, stopp, 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 stopp. Oh. Mystic, the area. Aua. Warum reißt du mich an? Ich bin unbedingt gefahren. Da gehen wir rein, ne? Alter, wie bei mir gerade die Frames drop, ey. Dass ich im Auto besitzt, gesessen hab. Alter, ich muss echt aufpassen, das ist echt egal, so. Bescheiden. Red Mesa. Jetzt sehen wir hier dann hier, Mordenfrüge, äh, hier, nee, warte mal. Fortentum, man. Ah ja. Du musst jetzt mal ein bisschen auf mich aufpassen, wirklich. Ich hab hier echt gar ein Frames verflügt, wie ich dann fast. Das sieht man mal noch größere Maus hier. Oh, aua. Ich kann schon mal was futtern. Alter. Sexgeier hier. Ich war gerade am Essen. Ich hör hier aber noch ein Geier. Ich hör hier aber noch ein Geier. Und da kommt ne Schierdealer drin. Oh, hinter uns. Da kommen die Schierdealer. Hallo. Hörst du das? Mhm. Das schöne Geräusch, Termin, wenn Zombies drauf treten. Warte mal, heps. Gefütterte Stiefel, Stufe 6. Brauch ich nicht. Das ist Papier, okay. Was war das Geräusch hier gerade? Oh. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus. Oh. Ja, das sieht nicht gut aus. Rückzug. Warte. Da kommen die mich fort. Oh. Wo kamst du denn her? Ich glaube, wir sollten nicht mehr so... ...wie die Bekloppten rein stürmen irgendwie. Nice, wie ihr weißt. So ein Riesen... So ein Riesen... Ich hör ein Geier. Ja. Oh, geil. Bauplan Schlagschrauber. Ja, toll. Oh, Bauplan Eisenwerkzeuge. Nehme ich doch gern. Ja, hab ich schon. Oh, Bauplan Jagdmesser. Deswegen wollte ich unterwegs sein. Wie die ganze Zeit so ein Dingsgequick quackt. Oh, da oben. Natürlich. Hallo. Ich wusste es. Neue Dose. Schnauze. Das sind 7.000. Wunderbar. Aber hey, hier haben wir... Aber hier haben wir noch... Der Stein her zweieinhalb. Du gehst von oben rein, ne? Du brauchst dich da unten durch. Ich geh von oben rein. Warte mal, ich komm von oben rein. Ist das ne Rakete? Ja, das ist ne fucking Rakete. Können wir diese Nuklearrakete hier zünden? Glaube ich nicht. No. Alter. Ah! Oh, hier ist auch noch einer. Alter, Leiter, lass mich nur los. Aber du hast hier ne Leiter? Hilfe! Ich klebe in der Leiter fest. Äh, du... Wo ist hier ne Leiter? Ah! Ja, wunderbar. Naja. Feinschiene. Und... Taps. Dafür verkastet zufälligerweise holz und klebeband dabei. Äh, einmal aber in der Leiter. Nö, nichts von beiden. Shit. Oh fuck, das ist ja... Oh fuck. Alter, scheiße. Alter, ich hab voll grad Standbild hier. Standfernsehen vernetzt, ne? Alter, ich kann nichts hier hin. Alter, ich hab auch gerade hier... Traumkino. Also, wenn du irgendwie... Irgendwas findest. Boah, Alter, das ist echt schlimm gerade. Ich wusste ich jetzt vor ganz Kessel mitnehmen sollen. Gebrochenes Beine. Kann mir keine fucking Schiene bauen. Ich mach mal das Holz und das ist das geringere Problem, ich brauch. Nur noch dann Klebeband. So, hallo? Holz hab ich schon mal. Trainingsraum. Ich brauch nur noch ein Klebeband, dass du mir den Klebeband findest. Äh, nee, aber Kleber. Ich frag jetzt mal nicht, dass das Chili darin hier bei der Armee im Dings macht. In der Kasehner. Oh! Ich hab gedacht, du bist auch mal so toll, lässt die Hälfte mal leben. Erst... Wenn der erst herkommt. Erst töten, dann... Hier ist noch was denn für dich im Buch. Was ist denn das? Munition kann... Man kann nie genug Munition haben. Finde mehr Munition im Beute. Ja. Ich will auch so'n Dings bauen. Was? So'n Bücherregal. Kommt noch ein Dottor einer raus, oder? Nicht? Okay. Klebeband. Das hält mir nicht auf. War das Geräusch hier drinne? Nein. Ufa, ich frag mich nicht, was ich da draus machen. Das ist für... Hey, hier bau man grundlegende Elektronik, falls du ihn noch brauchst. Ich kann den ja. Hab ich schon. Wäscherei. Mit einer Krankenschwester. Och, hier vorne ist das... Shemway. Shemway. Was ist drin? Heidelbeeren. Mitnehmen. Was ist hier drin? Hi. Nö, hier ist... Hebs... Nein! Und... Ja, und hier ist nichts. Ah! Nein! Oh, ich hasse dieses Leid. Leider laufen hier. Nein! Das hört sich unten aber auch ein Quietsch. Natürlich ist es nur ein Verband und keine Schiene. Das ist echt schlimm, was das Loot angeht. Ich habe ja geschaut, was du noch brauchst. Kommt gar nicht dazu, da rein zu gucken. Ach, ne, okay. Sorry, Zombie-Sein-Kloppen, ne? Warum die denn? Ach ja, unser Gehen. Ne. Ich schätze mal, so mindestens ein 3 Zombie-Sein. Was ist da drüben. Hallo! Ein Chef! Ich schieß dir ins Knie. Die Krankenschwester. Wollen wir zwei Zombies? Ja, ist aber noch mehr. Bombs, zack. Jo. Hier kamen wir her. Ah, okay, das war natürlich von oben. Und das ist da, wo wir drin waren. Hier unten ist, glaube ich, noch was, oder nee? Kein, klar nicht, weil es nur, ich brauche Klebefangen. Das quietscht ja so. Nee, nee, nee. Oh, mein Bein. Kommt mal nach oben rein. Oh, mein Bein. Hallo, wie komme ich zu euch? Hilfe, alle, alle, mein Bein. Au, mein Bein, aua. Das ist auch nicht toll. Hey, Kumpel. Ich habe das für eine Vermutung. Genau, hier sind die Silos. Ein Silo ist schon total... Holy fuck, wie gut, dass man jetzt hier von außen rankommt. Nee, oben im Bunker. Mindestens zehn Zombies oben. Ja, ich habe einen Verbandskasten, aber der bringt ja nichts, der hilft mir nichts bei mir. So, da sind jetzt alle Tote drinne. Ich gehe jetzt da rein. In der Käferbahn, Fynn, sag mir Bescheid. Ah! Äh, äh. Äh, ich muss auch aus Dauer tanken. Was soll ich denn sagen? Aus Dauer! Also gerade habe ich nur Kleber. Ja, was Kleber kann man keinem was machen, aber da fehlt noch ein bisschen was. Stoff. Stoff habe ich. Ja, komm her. Pff. Hallo? Oh, sch... Oh. Ich habe kein Kleber. Meins, alles meins. Ja, ich nehme alles für dich. Ich brauche hier einen Säure. Ja, ich brauche hier einen Säure. Hi. Ja, Gewehr. Was hat denn jetzt alles hier mitgenommen gehabt, ne? Munizon größtenteils noch. Ah. Boom. Hm, no, 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 no. Boom. Ah. weisenstiefel level 2 ak keine weine keine kriegse jetzt muss ich mal kurz meine ausrüstung nachchecken ja siehst du mal ist die besser sie ist besser alles klar vunderbar tschüss die ist kacke brauche ich nicht die so besser als meins bär bär gehört ich suche gerade sehe aber nichts doch hier bär wer ist hier so jetzt sagen wir uns zauberbär ist ja gut den zauberbär kannst du erhalten und dann hast du wieder viel vergammeltes fleisch ja klar ich ich will mal kurz mich hier oben durch ballern kurz oben durch das sind sieben war mal kurz die wollen mich wohl verarschen ich gehe da unten ist gerade an der medizinschrank und was ist drin in der schiene ja leider war mich wohl verarschen du musst gleich einmal kurz zu achten noch einmal kurz telefonieren ich bin hier du weißt schon dass es ein bisschen weiter geht oder ach da oben bin ich sicher das schätze ich mal gut dann bin ich mal ganz kurz afkw also muss man kurz telefonieren ich bin hier oben ich bin hier oben